Sehr verehrter Zauberfreund, kurze Erklärung mentaler Kreisel. Sie benötigen ein Kartenspiel, was Ihnen geliefert wird. Der Zuschauer zieht aus einem Spiel, das Sie kurz vorzeigen und auch mischen, zieht der Zuschauer irgendwo eine Karte, die Sie nicht forcieren müssen. Sie heben dem Zuschauer die Karten hin und er soll irgendwo eine Karte ziehen. Es könnte jetzt diese sein, es könnte diese sein. Egal, jetzt irgendeine Karte. Der Zuschauer schaut sich die Karte an. Die Karte kommt zunächst auf den Tisch. Währenddessen, dass die Karte auf den Tisch kommt, zählen sie weitere elf Karten ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Die anderen Karten kommen auf die Seite. Jetzt wird die Zuschauerkarte und die elf weiteren Karten einfach gemischt, dass niemand mehr weiß, wo sich die Zuschauerkarte befindet. Aber die mentale Schlange mit dem mentalen Kreisel wird die Karte finden. Sie legen einfach jetzt hier eine Kartenuhr aus. Wie viele Karten im Prinzip das sind, spielt jetzt mal keine Rolle. Aber bei einer Kartenuhr natürlich könnt ihr ruhig jetzt diese zwölf Karten nehmen. Gibt ein schönes Bild. Und der Zuschauer darf jetzt selbst die Schlange irgendwie auf den Tisch legen, wie er möchte. Damit er sieht, es gibt hier von ihrer Seite aus keine Manipulation. Sie nehmen dann den Kreisel, stecken dann hier den Kreisel in das Loch rein von der Schlange. Kann man ja sehen, da ist ein Loch drin, damit es auch hält. Und dann drehen Sie den Kreisel. Und durch Zufall bleibt dann die Schlange irgendwo stehen. Und wenn man jetzt hier genau schaut, zeigt der Schlangenkopf direkt auf diese Karte. Und jetzt müsste im Prinzip diese Karte die Zuschauerkarte sein, wenn der Effekt funktioniert hätte. Sie sagen, Moment, wir schauen gleich mal nach. Nehmen alle Karten mal weg, damit wir uns nur noch auf die Karte des Zuschauers konzentrieren können. Und voila, wir drehen die Karte um. Es ist die gewählte Zuschauerkarte. Sie nehmen das Kartenspiel gleich wieder in die Hand und können auch noch mal kurz die Karten hier als Differenz vorzeigen. Ja, das war die mentale Schlange. Ihnen viel Erfolg. Bei Fragen kontaktieren Sie mich. 0163 45 80 757 oder support at Kompass-Stuttgart.de Und Tschüss!